Ja, wir haben momentan Aprilwetter par excellence. Gestern war die Sonne noch draußen. Heute ist es sehr ungemütlich, auch mit Regen. Viele Menschen fühlen sich ja dabei dann auch sehr unwohl und haben auch gesundheitliche Probleme. Frau Bieter-Hufnagel, ist denn Wetterfühligkeit tatsächlich etwas Anerkanntes? Also können sich Menschen dagegen auch krankschreiben lassen? Wir wissen, dass es Wetterfühligkeit gibt, aber die Diagnose für eine Krankschreibung und Wetterfühligkeit gibt es nicht. Sehr wohl kann man sich natürlich mit den Auswirkungen der Wetterfühligkeit krankschreiben lassen, das heißt Kreislaufstörungen oder auch Kopfschmerzen. Das sind Diagnosen, die kann man dann auf die Krankschreibung auch notieren. Woran liegt das denn, dass Menschen bei Wetterumschwüngen gesundheitliche Probleme haben? Das liegt natürlich einmal an der Luftdruckschwankung. Wenn das innerhalb von kürzester Zeit entsprechend ist, von einem Hoch zu einem Tief, dann kommt bei vielen Menschen die Blutdruckregulation nicht mehr mit und führt dann zu den bekannten Erscheinungen, also Müdigkeit, Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme. Das ist ganz typisch. Viele Menschen, die nach Operation Narben davon tragen, die haben ja auch besonders Probleme mit ihren Narben nach so Wetterumschwüngen. Liegt das auch am Luftdruck oder woran liegt das? Man hat den Zusammenhang noch nicht so ganz erforscht. Wir wissen das schon lange, dass das so ist und stellen das auch immer wieder fest. Die Patienten beschreiben das auch. Auch Patienten mit chronischen Gelenkerkrankungen, dass sie bei Luftdruckschwankungen vermehrt Probleme haben. Aber wir können jetzt noch nicht sagen, ob irgendein Botenstoff explizit mehr ausgeschüttet wird, der dann für diese Schmerzwahrnehmung verantwortlich. Wir stellen fest, es ist so, aber den ganz kursalen Zusammenhang können wir im Moment noch nicht aufzeigen. Ändert denn eine veränderte Lebensweise etwas, also wenn ich auf Alkohol verzichte, wenn ich meine Ernährung umstelle, ändert das irgendwas? Kann das die Situation bei Wetterumschwüngen verbessern? Also ein Herz-Kreislauf-Training kann die Situation auf jeden Fall verbessern. Das ist ganz klar, weil natürlich diese Regulation vom Kreislauf auf die Luftdruckschwankungen dann besser geht. Mehr Schlaf ist auch immer gut oder ausreichend Schlaf. Das stabilisiert natürlich auch. Und wenn man den Alkohol weglassen könnte, wäre das natürlich so oder so gesundheitsfördernd und auch in diesem Bereich natürlich äußerst positiv. Trifft es denn bei bestimmten Menschengruppen besonders häufiger auf, diese Wetterfühligkeit? Also bei Frauen, bei Männern, bei einer bestimmten Altersgruppe? Was haben Sie da für Erfahrungen? Wir wissen, dass es vor allem bei Jungfrauen häufiger auftritt, weil die per se schon eine relativ niedrige Blutdruckkonstellation haben und dann bei Luftdruckschwankungen eben entsprechend sensibel darauf reagieren. Das ist wirklich die Altersgruppe, bei der es am meisten zu solchen Dysregulationen kommt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Information. Dankeschön. Gerne.